Okay, mein Nachbar denkt sich so, YOLO, erstmal was verbrennen. Ich will mit dem Miner weiterspielen, weil ich eigentlich ein bisschen darauf aus bin, mal ein bisschen voranzukommen jetzt in dem Spiel. Und deswegen will ich ein bisschen Gold sammeln. Hui. Yes. So. Kann man denn, äh, Moment. Muss das gerade mal nachgucken? Tab. Äh. Und? Cast spell. Special A. Nö. Mensch, kann man, ach, damit kann man auch linken. Ist ja cool. Äh. Aber, ich seh gerade nicht. Hey. Okay, die Lampe leuchtet nicht. Verdammt. Egal. So, mit dem Goldbonus will ich jetzt mal so ein bisschen meine Unfähigkeit kompensieren. Wieder mal. Nein, ich will einfach nur mich einfach auch mal ein bisschen anpassen an das, was jetzt noch kommt, weil es wird ja auch nicht unbedingt einfacher. So. Wir machen jetzt mit dem Miner auf 40 Schaden. Das ist eigentlich auch relativ akzeptabel. Jo. Wo? 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 So, kritische Treffer machen wir ja auch noch, ab und zu. Ne. So. Lass ich mal eben dann, ich muss mal eben kratzen. Damit ich hier nicht so so, 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 so bin. Verstehst du? So. Defeat all enemies. Kann ich denn? Ne. Oder doch? Oh, das war knapp. Aber. Ne, kann ich nicht. Leider, leider. So, da geht's runter in den Keller. Da will ich nicht hin. Wo können wir hin? Achso. So, so viel dazu. Ja, da können wir mal hin. Und dann gehen wir weiter hier lang. Er kann sich keine Karten merken. Das ist, äh, unschön. Okay, nochmal, warte. Alter, das ist ein Fuckraum. Das ist ein richtiger Fuckraum. Wobei. Warte mal, wenn wir die richtig werfen. Ne. Kann man nicht. Leider, leider. Hier kommen wir ein bisschen Jukeboxen. Muss man aber jetzt nicht unbedingt. Da haben wir ja schon in den vergangenen Folgen gemacht. Deswegen, können wir uns das jetzt ersparen. Ich würde gerne mal ein paar Goldkisten finden. Wie wär's spielen? Wie wär's? Ich könnte auch einfach in die Richtung mal weitergehen. Vielleicht finde ich dann irgendwann den Wald. Stupid. Oder da. Vielleicht auch hier. Einfach mal so eine Goldkiste. For, free for all. Ich, der. Ich würde mich grad wieder aufregen. Okay. Und. Aua. Nein. Oh, er ist gestorben. Lady Priscilla. Die vierte, fünfte. Ich glaub, die vierte. Nun ja. Hokage, Hokage, Hokage. Wir konnten die doch nochmal re-rollen. hier die, die Dinger. Eigentlich. Theoretisch. Nein. Können wir nicht. Nein. 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 Dann nehmen wir nur Hokage. HD. Armee HD. Ähm. Was nehmen wir denn? Wir könnten mal. Oh. Wir sind hyperaktiv. Und blind. Äh. Nein. Farbenblind. Blind sind wir ja nicht. 425 Nightcape. Äh. Okay. Was hat uns das jetzt gebracht? Ist mir egal. Sieht geil aus. Irgendwie. Auch wenn ich es nicht sehen kann. Ich glaub, ich farbenblind bin. Egal. Oh. Alter, sind wir schnell. What the fuck? Woho. Woho. Warte mal. Wir sind doch nur Hokage. Warum hol ich ab? Pass mal auf. Okay. Wir sind ein Hokage. Wir sind stark. Wir sind Deutschland. Nicht. So. Ich würde jetzt. Gern mal. Auch wenn ich den. Äh. Boss in diesem. Abschnitt. Des Schlosses immer noch nicht besiegt habe. Ich würde echt gern mal in den Wald. Weil man da ein bisschen mehr Gold findet. Und ich mich damit mehr aufskillen könnte. Alter, wir sind ein schneller Hokage. Das ist ja. Ein Traum. Ja. Oder wir springen auch in alles rein. Das ist natürlich kein Traum. So. Wupp, wupp. Wupp. Wupp, wupp. Ja. Los. Wollen wir es nochmal versuchen? Wir könnten. Nicht. Oder. Naja. Ja. Nimm mir halt mein Doppelsprungspiel. Nimm es. Nimm es halt. Nimm es. Nimm es und behalte es. Nimm es. Äh. Das ist natürlich. So. Ging. Easy. Wie konnte der. Hm. Setze questions. Mal live. Da wird mein Handy gerade. Äh. Das ist unschön. Runter. In Deckung. So. Okay. Okay. Hier finden wir aber auch ganz gut Gold. Eigentlich dreh dich doch um. So. Naja. Wie siehst du diese Dinger so schlecht? Weil die alles hat dieselbe Farbe. Schwarz. Weiß. Na. So. Jetzt ist aber alles wieder easy hier. Oh. Jetzt doch nicht mehr. Okay. Ähm. Gehen wir hier lang? Hier kommen wir. In dem. In dem Mai. In den Turm. Hm. Okay. Ja. Hier auch. Verdammt. Und ich hab mich doch treffen lassen. Naja. Ach. Ne Mimik. Ähm. Okay. So. Passt. So. Vielleicht gehen wir doch mal hier hoch. Das ist äh. Eventuell gar keine schlechte Idee. Oh. Und noch mehr für mich. Noch mehr Geld. Noch mehr Geld. Noch mehr Geld. Okay. Wenn es weitergeht können wir uns bald den äh Dingens hier lassen. Den. Dingens. Da. Stehst du? Nein. Ja. Toll. Es. Das Spiel mag nicht springen wenn ich springen will. Hm. Ich äh. Ich weiß nicht warum er den nicht geschlagen hat. Ich. Ich. Ich weiß es nicht. Ja. Da draußen läuft ein Mensch rum. Gut. Äh. Ein Mensch. Oh mein Gott. Hokage. Paladin. Hokage. Hokage. ADHD. Naja gut. Okay. Nehmen wir den. 1700 Gold. Oh mein fucking. Christian. Bale. Was? Habt ihr das gerade mitbekommen? Ich hab Angst vor mir selbst. 98. Schade. Wir sind knapp an der 100. Das ist geil. Wenn es weiter geht. Wenn es so weiter geht. Wenn es so weiter geht. Dann machen wir alles One-Hit. Wir dürfen vielleicht nicht so schnell gehen. Weil dann kommt nämlich sowas hier aber raus. Wir haben nämlich immer noch nicht das Leben was ich gern hätte. Ein bisschen mehr HP wäre schon ganz nice noch. So. Wir kriegen ja noch ein bisschen HP pro Gegner geschenkt sozusagen. Hey. Da ist jemand. Also gekommen. Oh. Ich muss gerade hier. Jetzt bin ich reingesprungen. Verdammte Scheiße. Bury me with my money. Okay. Bärle ich mich mit meinem Geld. Na dann. Das sind eigentlich alles Scheiß-Dinger. Irgendwas konnte man das rerollen. Ich weiß noch nicht. Die Taste gerade nicht. Naja. Wir nehmen noch einen Barbaren. Das könnte ja uns gut gehen. Wir haben 77 Gold. Das ist naja nicht so gut. 323 Leben. Ähm. Okay. Hm. Okay. Sehr drauf, Sisi. Alter. Immer diese. Es ist natürlich. 42 HP machen wir nur Schaden mit dem. Na gut. Aber wir halten halt auch einiges aus. Oh. Ein Jahrmarkt. Warte mal. Dammit. Äh. 370 Gold. Easy. Hast du dich Clown. Entschuldigung. Entschuldigung. Aua. Komm hier runter. Dankeschön. Für diese. Wunderschönen. Wunderschönen. Stunden. Ja. What the fuck. Was ist nur mit diesem Schloss kaputt? So. Äh. Äh. Take no damage. Wenn du ein bisschen näher kommen würdest. Wenn du ein bisschen näher kommen würdest. Bist du ein bisschen näher? Nein. Bist du ein bisschen näher? Okay. Das könnte jetzt knapp werden. Ist ja noch so eine. Nein. Verdammt. Gefailed. Hätte so gut werden können. Äh. Wir müssen da lang. Uh. Wo kommt denn der Zombie her? Äh. Nö. Ich möchte dich nicht begegnen. Das Bild lebt doch. Das Bild lebt nicht. Okay. Das Bild ist ja nicht gelebt. What the fuck. Nein. Da will ich nicht hin. Tolles Bild. Würde ich mir auch erfüllen. Der König hatte wohl Geschmack. Du. 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 Ach. Der kann sich wieder nichts merken hier. Äh. Ja. What the fuck. Wo. 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 Wo soll ich denn dann hingehen? Ähm. Moment. Ach. Hier oben. Jetzt weiter. Verdammte Spikes. Lol. Was ist denn da los? Guardbox. Guard. Guard Box 2000 Ja, ist auf jeden Fall safe So, jetzt hier hoch Ich hasse solche Guard Boxen Na komm Die sind so creepy Creep, 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 Creep Na, zack Und tot Ach, ich seh das doch auch noch wackeln Mensch Und ich lass mich auch noch treffen Ich lass mich auch noch zweimal treffen Komm da raus jetzt Aber jetzt ist es aber gut Zack, zwei Gold, Säcke So Oh Alles kaputt schlagen So Jetzt können wir hier nochmal auf die Map gucken Wo sind wir denn Wo kommen wir denn In den In den Wald Ach da Da, okay Ist zumindest die einzige Chance in den Wald zu kommen Da drüben Ne, wir können ja nochmal hier lang gehen Eh, 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 eh Okay Das gibt's doch nicht Jetzt hältst du aber die Klappe da drüben Den billigen Billigen Plätzen So Wo geht's denn hier hin Nirgendwo Oder gibt's hier was Oder ist das einfach nur ein Trollraum Ja, es ist einfach nur ein Trollraum Ich esse solche Trollräume Die Art des Spiels dir zu sagen Fick dich Hm So, hier drüben müsste es dann eigentlich Weit Wo 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 Eigentlich weitergehen Okay Aua Aua Wunderbar Man kriegt noch ein bisschen Gold und Lehm und alles geschenkt Hm Die Folge ist schon wieder viel zu lang Oh mein Gott Aber gut Äh Den Lassen wir jetzt doch sterben Hier und dann Mach ich denke ich mal Auch eine Aufnahmepause Okay Hier ist der Bossraum Alter wo kommen die denn alle her Na komm Aua Goddammit Aua Alter Ich sterb doch gleich Geht ja jetzt schon kommen Äh Kann du jetzt So Okay das ging ja nochmal relativ gut So Und hier geht's jetzt rüber in den Wald Man könnte jetzt Äh Natürlich Sagen Ich hab jetzt noch keinen Bock auf den Wald Und geht nochmal hier rüber Weil hier unten scheint es ja auch noch weiter zu gehen Nein Ah Ich hab's ja diese fetten Ritter Okay So Und da drüben kommen wir nicht hin glaube ich Hm Dann gehen wir in den Wald Und sterben sowieso beim ersten Mal direkt Ja Sind wir hier gestorben Dann äh Macht's mal gut Bis zum nächsten Mal Bye bye Und da drüben 모든 boat Vielen Dank.